Ungeheuer guten Abend wünsche ich euch und willkommen zu einem ganz kleinen Livestream-Info-Video. Heute gibt es einiges Neues für euch. Wie angekündigt wird heute im Livestream Taddles Minecraft-Kanal endlich bekannt geben, auf den schon wirklich viele gewartet haben. Wir haben wirklich einen Namen genommen, den ihr vorgeschlagen habt. Also wir haben sehr, sehr viele von euren Vorschlägen durchgelesen und da haben wir wirklich einen Namen gefunden, da hat Taddle gesagt, oh, der knallt, den nehmen wir. Und wenn ihr den Namen wissen wollt, dann müsst ihr wohl mit uns bis zur Geisterstunde machen, denn im Livestream wird genau um 0.00 Uhr Taddles Kanal bekannt gegeben. Das ist aber nur eine der vielen Sachen, die heute kommen. Außerdem gibt es heute den Start von unserem Gemeinschaftsserver mit BrokenThumbsTV, mir und Taddle, beziehungsweise Taddle und mir, der Esel, nämlich bekanntlich zuletzt. Und natürlich auch meinem Team, zum Beispiel Kirby ist dabei, hallo Kirby. Aber man hört ihn jetzt nicht, weil ich habe nur, dass ich alleine rede, egal. Ja, wir werden heute den Spawn vom Server aufbauen und im Livestream werden wir vielleicht so die ersten 10 bis 20 Leute auf den Server lassen. Also wir werden Wildcards verlosen an Leute, die auf den Server schon mal spielen können. Ja, alles dazu findet ihr übrigens auf dem ersten Video vom Team Ungespielt Kanal. Also der Team Ungespielt Kanal ist hier in der Videobeschreibung oder klickt jetzt einfach mitten ins Bild rein. Da müsste jetzt der Link sein zum Team Ungespielt Kanal, das Video unbedingt angucken. Unter diesem Video könnt ihr euch jetzt schon mit Kommentaren dafür sozusagen bewerben, dass ihr auf dem Server spielen könnt. Außerdem, wenn es heute doch die Zeit zulässt, gibt es vielleicht noch ein bisschen Megaprojekt, so wie es halt passt. Aber es geht hauptsächlich um den Server. Denn ja, Taddle wird sein Haus auch schon mal auf dem Server bauen und die Leute, die halt eingeladen werden, werden schon auf dem Server bauen. Und wir zeigen euch, wie das Server wird und der Spawn wird gebaut. Das wird sehr, sehr geil. Also viel Spaß beim Livestream. Klickt einfach in der Videobeschreibung unten den ersten Link. Und ja, solange der Livestream jetzt noch nicht an ist, der startet so kurz nach 10, könnt ihr schon mal das Video schauen vom Team Ungespielt Kanal. Das wird euch extrem weiterhelfen. Dann bis später. Ciao. Also bis, was heißt bis später, weiß gleich. Wenn ihr nicht da seid, dann gibt es mal ein paar auf dem Arsch. Habt ihr verstanden? So.